Kapitel 11. Vom Leben in Städten. Aufgabe 2a und b. Person 1. Ich kenne fast jede Ecke in der Stadt, weil ich bei meiner Arbeit überall hinkomme. Ich bin bei der Stadt angestellt, mein Arbeitsplatz sind die Straßen von Leipzig. Ich bin Fahrer, meine Kollegen und ich lehren mit unserem Fahrzeug die Mülltonnen und bringen die Abfälle weg. Wir fangen am Morgen schon um sechs an und die Leute beschweren sich oft, dass wir Lärm machen, wenn wir die Mülltonnen holen und dass das Fahrzeug laut ist. Aber wir müssen früh anfangen, weil dann noch weniger Verkehr ist. Mir fällt auch auf, dass die Autofahrer immer weniger Geduld haben, wenn sie ein bisschen warten müssen. Aber es will doch jeder, dass der Müll weggebracht wird und dass es in der Stadt sauber ist. Ich wohne in einer Straße mit vielen alten Häusern in einem alten Stadtteil. Früher war die Luft schlecht, man hat viele Wohnungen mit Kohle geheizt. Und oft hat es richtig gestunken, wenn auch noch Abgase der chemischen Fabriken in der Luft hingen. Viele Häuser hat man inzwischen renoviert, da sind neue Leute eingezogen. Die Nachbarschaft ist nicht mehr so vertraut und gemütlich, wie sie früher war. Andere Häuser stehen leer, weil auch viele weggezogen sind. Es gibt hier ja leider nicht genug Arbeitsplätze. Person 2 Ich bin nach Leipzig gekommen, weil mich die Firma hierher geschickt hat. Ich bin erst vier Monate hier und ich leite ein Modegeschäft in der Petersstraße. Ich habe hier sehr schnell und leicht eine Wohnung in einem schönen Viertel gefunden. Und die ist auch billiger als in Berlin. Und der Weg zur Arbeit ist auch viel kürzer. Aber ich glaube nicht, dass ich lange hier bleibe. Ich möchte zurück nach Berlin. Leipzig ist ganz nett, aber für mich zu klein, zu ruhig. Hier ist für mich zu wenig los. Ich fühle mich in einer richtigen Großstadt einfach besser. Es gibt schöne Seen in der Umgebung von Leipzig. Das war in diesem Sommer ganz gut. Aber wenn ich einen ganzen Tag frei habe, fahre ich meistens nach Berlin. Person 3 Ich finde, in Leipzig kann man gut leben. Ob die anderen Leute die Stadt jetzt gut oder schlecht finden, das ist mir egal. Ich habe hier meine Arbeit und meine eigene Wohnung. Wenn ich arbeite, brauche ich kein Auto. Ich kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln alles gut erreichen. Mit dem Auto fahre ich nur am Wochenende raus. In die Umgebung von Leipzig. Da ist es einfach schön. Da braucht man gar nicht weit wegfahren. Ich wohne in einem Hochhaus, ziemlich am Stadtrand. Also, der Stadtteil und die Lage sind ja nicht so schön. Aber ich wohne da gern. Ich habe im 11. Stock eine gute Aussicht. Und die Nachbarn in den beiden anderen Wohnungen gegenüber sind einfach super. Wir kennen uns. Und wenn jemand was braucht, dann helfen wir uns auch gegenseitig. Gut gesagt. Langweilige Orte Du, kennst du Pappritz bei Dresden? Tja, ist halt ein Dorf. Da ist nichts los. Gehen wir heute Abend zum Tanzen? In den Night Out Club? Oh nee, da ist doch Tote Hose. Lieber in den Beach Club. Und wie gefällt dir das Leben auf dem Land? Super. Da sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht. Ich liebe diese Ruhe. Aufgabe 9b. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie die Schlagzeile heute Morgen gesehen? Wieder so ein Städte-Ranking. München weiter ganz vorn. Mal ehrlich, ich habe das Gefühl, alle paar Wochen gibt es wieder ein neues Ranking. Aber gut, wenn diese Städte-Vergleiche so viele Leute interessieren, helfen Sie mir. Rufen Sie mich an und verraten Sie mir, was Sie von solchen Rankings halten. Ah, da ist ja auch schon ein Anrufer in der Leitung. Hallo, wer ist denn dran? Ja, hallo. Ich rufe an wegen der Frage zu den Städte-Rankings. Ja, hallo. Und mit wem spreche ich? Ach, ich bin Leonie Winter. Ich rufe aus Aschaffenburg an. Hallo, Leonie. Also, was hältst du von Städte-Rankings? Also, ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll. Ich meine, wie wohl man sich in einer Stadt fühlt, das hängt doch von ganz vielen Dingen ab. Es ist doch nicht nur das Freizeitangebot wichtig oder das Angebot an Ausbildungsstellen oder Arbeitsplätzen. Viel wichtiger ist doch, wie es einem selber geht, ob man Freunde hat und so weiter. Wenn ich in der tollsten Stadt der Welt wohne, aber keine Freunde habe, dann finde ich die Stadt auch nicht toll. Oh ja, da hast du bestimmt recht. Danke für deine Meinung. Und hier ist auch schon der nächste Anrufer. Hallo, wer ist denn dran? Hallo, hier ist Jens Becker aus München. Hallo Jens. Und was ist deine Meinung zu Städte-Rankings? Ja, ich finde diese Rankings eigentlich immer recht interessant. Vor allem, wenn es ein seriöses Ranking ist und die Städte nach verschiedenen Themen bewertet werden. Ich meine zum Beispiel Rankings nach Arbeitslosenzahl, Mietkosten, Ausbildungsplätzen und so weiter. Ich finde das sehr hilfreich, denn ich überlege gerade, in welcher Stadt ich studieren soll. Ich weiß noch nicht, ob ich in München bleiben soll oder vielleicht nach Dresden oder Berlin gehen soll. Ah, also ein Anrufer, der wichtige Entscheidungen mithilfe von Rankings trifft. Und wer ist jetzt in der Leitung? Guten Tag, mein Name ist Ilse Naumann. Ich rufe aus Nürnberg an. Also diese Städte-Rankings. Ich weiß nicht so. Ich denke, das hängt davon ab, wer das Ranking gemacht hat. Sie wissen ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Nein, im Ernst. Ich denke, für Firmen ist das ganz interessant. Mithilfe von Rankings können Firmen bestimmt besser entscheiden, ob eine Stadt die richtige ist, um zu investieren. Aber für mich persönlich sind solche Rankings nicht interessant. Ich weiß doch selber ganz genau, was mir an der Stadt gefällt, in der ich wohne, und was nicht. Tja, da sagen Sie etwas. Herzlichen Dank für die Anrufe. Sie sehen, die Meinungen gehen hier deutlich auseinander. Und was sagen Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Thema Städte-Ranking. Schicken Sie einfach eine Mail an info-at-radiopower.de Ich wohne in Köln. Mir gefällt die Stadt sehr gut. Ich verstehe allerdings nicht, warum sie in sämtlichen Rankings immer so weit hinten steht. Ich kann mir keine schönere Stadt vorstellen. Warum es mir so gut in Köln gefällt? Das ist ganz einfach zu beantworten. Hier gibt es schöne Museen, viele gute Theater und Kinos, kleine Cafés, den Rhein mit den vielen Schiffen, und hier wohnen meine Freunde. Außerdem habe ich hier eine sehr gute Arbeit gefunden. Aufgabe 13a Situation 1 Und? Was meinst du? Sieht es gut aus? Ja, das ist doch mal was anderes. Finde ich echt gut. Ich weiß nicht so. Liebe Kunden, unser Geschäft schließt in wenigen Minuten. Wir bitten Sie nun, sich zur Kasse zu begeben. Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Ach je, schon gleich acht? Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schon ganz schön teuer. Na ja, aber sowas kauft man sich ja auch nicht jeden Tag. Und die Qualität soll ja auch gut sein. Ähm, so, ich müsste Sie jetzt wirklich bitten. Wir schließen. Oh ja, natürlich. Entschuldigung. Komm, ich überlege mir das noch mal. Wie du meinst. Dann lass uns jetzt noch was trinken gehen. Oh ja, gerne. Oh nein, schon gleich acht Uhr. Komm schnell, beeil dich. Der Supermarkt macht gleich zu. Oh je, wir brauchen doch unbedingt Milch und Brot und Kaffee. Sonst haben wir morgen nichts zum Frühstücken. Wir müssen doch schon um fünf Uhr in der Früh los. Geschafft. Da ist noch Licht. Hä? Mist. Geht nicht mehr auf. Zu spät. Ach, Manu. Was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Gibt es hier irgendwo eine größere Tankstelle? Da kriegt man doch fast alles. Hm, eine Tankstelle. Lass mich mal überlegen. Da gibt es doch an der Ecke eine Tankstelle. Hm.